Jetzt ist schon nachher... Oh shit, jetzt habe ich mehrfach Auslösung. Genau, das ist ein Ballon. Ich meine... ...taille, sehr gut. Bananapalpa-Thai-Jer. Dann riecht glück aus... ...taille. Puch, ist das geil. Man hat sich also... ...anach immer sich knälen... ...bananapalpa-Thai-Jer. ...ne, ich darf nicht alles mal noch warten. Ich habe jetzt noch einие. Bei einer bestimmten Entfernung würde ich gerne wieder losfahren wollen. Wie ist Vater? Ich gehe durch. Ein paar Ballern komplett ab bis ins Gesicht. Wir müssen hier die schnauze bleiben. Alle in den Körnstädten sind in der Körnste. Die Körnste des Körnste des Körnste aus dem Körnste. Das ist auch ein Zardau. Die Körnste des Körnste des Körnste des Körnste des Körnste. Vielen Dank.